Es wäre absolut verkehrt, die Schulden weiter abzubauen und nicht zu investieren. Diesen Fehler haben wir schon in den letzten Jahren gemacht. Es wäre sehr, sehr wichtig, Investitionen zu tätigen, die vor allem auch wieder Cashback zurückbringen. Also etwas in die Zukunft zu investieren, guten Wohnraum zu schaffen, ein Innovations- und Gründerzentrum, etwas an der Mobilität zu ändern und dafür zu sorgen, dass wir eben fit für die Zukunft werden. Das geht gerade in der Niedrigzinsphase mit Investitionen. Weil die ganzen Zukunftsthemen, die Mobilitätswende, die Digitalisierung, die immer älter werdende Gesellschaft, aber auch Probleme wie etwa Wohnungsnot, weil die alle nicht an Bayreuth vorbeigehen. Und ich finde, dass es Personen braucht, die diese Phänomene erstens verstehen und zweitens sich mit ganz schön viel Energie und Kraft an diese ganzen Aufgaben setzen werden. Und deswegen würde ich gern Bayreuths Oberbürgermeister werden. Also wir müssen einige der großen Probleme angehen. Ich habe es ja schon angesprochen. Wir sollten die Verwaltung digitalisieren. Wir sollten dafür sorgen, dass sich die Wohnungssituation endlich entspannt, weil bezahlbarer Wohnraum relativ wenig geworden ist in der Stadt. Und wir sollten dafür sorgen, dass wir die Mobilitätswende schaffen, also dass wir mehr in Radwege und Bus geben. Ich hoffe, dass wir früher damit fertig werden als der Berliner Flughafen. Es ist tatsächlich so, dass das Kind jetzt schon ein bisschen in den Brunnen gefallen ist. Unsere Aufgabe muss es jetzt ja, in dieses Projekt so schnell wie möglich zu Ende zu bekommen. Unser Projekt muss es sein, möglichst viele Fördermittel einzutreiben und vor allem eine gute Nutzung dafür zu finden und dafür zu sorgen, dass wir mit dem Friedrichsforum, wenn es schon so hohe Kosten hat, auch das Beste damit rausholen. Am Ende meiner Amtszeit sollte Bayreuth mittendrin in der Verwandlung sein, weil die Projekte, die ich angehen möchte, werden sicherlich zehn oder zwanzig Jahre dauern. Wir werden angefangen haben mit der Digitalisierung der Verwaltung. Wir werden deutlich mehr Wohnraum geschaffen haben. Wir werden uns der Tatsache bewusst sein und etwas dagegen tun, dass bald ein Drittel unseres Bayreuths im Renteneintrittsalter ist und wir etwas auch für Barrierefreiheit und Alterseinsamkeit und etwas dagegen tun. Das sollten unsere Projekte sein, fit für die Zukunft und innovativ. Die liebsten Gegenkandidaten sollten diejenige sein, gegen die man am leichtesten verlieren kann, weil man glaubt, dass sie auch ganz gut für die Zukunft wären. Und die liebsten Kandidaten sind mir damit Klaus Wölsch Struller und Stefan Schuh. Der eine hat nämlich ziemlich viel Ahnung von Mobilitätswende, wir haben da ein ähnliches Projekt und der andere hat ziemlich viel Ahnung von Innovation, so dass ich gegen beide guten Gewissens verlieren könnte, wenn ich müsste.